Hallo zusammen und willkommen zurück bei Minecraft. Let's build together. Hallo, grüße euch. So, ich baue meinen Turm weiter. Wir haben geklärt. Ein bisschen Abstand zur Lava sollte ich schon mit der Holzdecke nehmen. Ja, es ist Herbst. Ich bin gerade ganz verzückt über die ganzen Sachen, die es da gibt. Wenn ich mir denke, wie das Minecraft ausgeschaut hat, wie es das erste Mal aufgetreten hat, gäbe es die Modsicht. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wer will sowas spielen? Ja, genau. Wie dumm ist das denn? Wie lange spielen wir das schon? Wie lange haben wir jetzt in den Eingriff drauf? Jahre. Oder? Dreieck, oder? Ja. Ja. Ja, aber so, jetzt muss ich mir das kurz an Bono Berlin nicht weiter machen. Ich bin sehr sicher. Jetzt ist es ein bisschen dünner, die Geschichte. In der Stufe. Und jetzt wird es noch mal wieder. Ja, gut. Gut. Oh, Gott. Ich bin auch so. Ich bin auch so. Ich bin auch so eingetreten. Ich bin auch so eingetreten. Ah, ja, da rauskriegen. Ich glaube, ich kenne mich an der Flussung, was ich da war. Schön gemacht. Ungefähr zumindest bestimmt. Selten aber, naja. Wollt vorkommen. Was lachst du denn da? Ne, ich hab nicht gelacht. Ich find's nur etwas unverfreundlich, was du da einem Zusehern erzählst. Super. Die glauben dir das ja. Ja, das ist ja auch so. Glaubst du mir Licht? Ja, ich glaube nicht. Scheiße. Die werden noch nicht ausgelistet. Ne, das ist ja noch nicht möglich. Ja. Das ist doch noch nicht so. Ja, eine Cozze tanken. Oh? Da, da, da. Da, da, da. Oh? Brauch's mir oder nicht? Also... Na wohl schon. Wir haben ja die super... Aber ich nehme sie noch, das kommt jetzt. Ich liebe diese Gruppierfunktion. Wirklich? Ich liebe diese Gruppierfunktion. Wirklich? Ui. Mir hört man schon wieder ein Kuckuck. Kuckuck. Ein Berschmink. Jetzt stelle ich ihn vorher. Hier. Aha, mach ihn noch. Tee. Hoppla. Irgendwo sitzt... Warte. Ah, das passt. Ja, guck. Ich muss auch hier. Ist nicht immer doch vorher. Ah. Irgendwie war das die falsche Rechnung. Ok. Ah, 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 ah. Es gibt hier diesen wundervollen Gefühl. Und hier. Ihr Rissen. Für dich. Aufpasst dann hier auch gleich. Sollte ich es da reinstecken. Ach, das könnte ich aufnehmen. Eine Etasche wäre fertig. Gut. Auf geht's zur nächsten Etasche. Das Ganze ist ungefähr mal und wird immer enger, weil der Turm wird ein bisschen schneller und oben kommt dann der eigentliche Leuchtturmbereich. Was kopieren wir? Hier. Aufschluss. Kommt dran. X. Wow. So hoch gebaut. Ah, macht auch nichts. Ja, was haben wir noch neu überlegt gerade, ob ich alles durchgegangen bin. Wir haben auch einen, oder hätten wieder einen Shatter ausprobiert. Ja, aber da bricht die Fringrate derart ein. Ja, das ist natürlich bedingt einerseits durch die hohe Auflösung mit der 4K. Ich dachte dann, dass ein bisschen das Warenlager da drüben auch schuld ist. Aber nachdem es bei der Tibra dort im Leuchtturm auch ist, ist jetzt meine neue Teaser, wir haben da unter den Inseln, also normalerweise in einem Weckriff geht, hat man immer einen Untergrund. und nachdem das fliegende Inseln sind, und ich den Untergrund komplett weggenommen habe, ich habe den wirklich gelöscht da drunter, da gibt es ja kein Wasser, da gibt es ja irgendwas, wenn man da drunter fliegt. Ja, Himmel. Jetzt kann das natürlich ein Dario sein. Vielleicht war deswegen ein Grundgestein. Weißt du noch, wie wir da eine Lobby gebaut haben? Da war der Bodengrundgestein. Ich habe das super reingemacht damals, weil es ja bei der 1.17er ja auch so eingebrochen ist, wenn man keinen Boden gehabt hat. Achso. Ich gar nicht. Und darum denke ich mir eben, könnte das da auch immer der Fall sein. Jetzt bin ich gespannt, wie ich das kopiere, ob ich das backe. Was brauche ich? Okay. Bitte Frage. So. Beep! 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 Dann gebe ich mich in Luftigerung! So! Ich habe nicht vergessen, dass der jetzt das Gittermodell ist. Aber wir haben das Thema. Wir müssen momentan nicht... Wie das ausschaut. Naja... Ich muss erst nachsehen, wie der Beepferdkopf ist. Ich lasse dann dieses Gitter und jetzt dann wieder weg. Es geht natürlich, sobald ich was Neues, glaube ich, auswähle. Wenn ich jetzt mit der Axt da zack, dann ist es weg. So, jetzt ist es wieder weg. Aber wie man es generell dann wieder ausschaut, dann muss ich erst schauen. So, jetzt habe ich da einen leeren Block mit roten und blauen Rahmen. Mhm, also mein Turm wächst. Ah, das ist auch spannend da, warum ist das? 3, 4. Ah, da wird drunter. Okay. Wir machen mal 5 Etagen. Ja, auf der anderen Seite, die Seiten dann auch gleich. Hier. So, jetzt soll es ein Standpunkt. Ich lasse mal weg vom Anlager. Zack, zack, jetzt ruckelt. Gleich so weg. Okay, wir haben es geschafft. Versprungen durch den Düsen-Jet. Wir haben unsere Untergrundgeräusche. Geht er schneller als erlaubt. Fahre mit dem Koppi. So. Ich will nicht. Ich kann es nicht nur die Gitarre verabschieden, sondern auch die Musik von der Karte. Danke. Das ist so okay. Warte ich jetzt hier aber das Stück. Das ist so. Jetzt ist es so okay, aber ich werde es hier aber das Stück. So. Ich bin natürlich ein Anzufügel da in dieser Landschaft, da in der Straße, wo wir so schon im höchsten Großteil am Festland stehen. Ich muss da wieder eine Wolke basteln. Ich schwebe und ich muss wieder eine Wolke basteln. Oh, da sieht man schon, wie ich in der Bärde werde, in der Bärde, wo ich nicht alles probiert habe und zusammengegesehen. Oh, ah, das ist super, ja. Ja, die Kleinigkeiten, die ich in Arminen einfügen werde, denn ich muss dann eigentlich raus. Im Moment ist es, dass ich es nur in der Bärde und ich bin. Ich bezüge das an, dass ich nicht so sehr viele针ente haben? Dann halten das ein Einziger Koffer im T-T-T-T-T-T-T. Ich mache die Nähe einer Flögel. Ich beattelte, weil Sie entdeckt, nhau, uns sind ein Anferungsange. Und wir werden sehen, die sich beschäftigt mit dem Verlust. Hier bin ich auf den Bärde, wo ich bin. Und ich bin und ich bin auf den Bärde und ich bin. Und ich bin, wenn sie mit dem Bärde und ich bin. Du ihn, du müsstest es schon von der Ferne erwachsen sehen. Ja, ja. Ich muss da nicht rüberkommen und mir das von drüben anschauen. Ich muss da nicht rüberkommen und mir das von drüben anschauen. Ich schiebe das Ganze da jetzt ein bisschen rein, weil wir es mal gut gebaut haben. Ich muss da nicht rüberkommen. 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 Where are we? oh Copperstone Wiesern In-Gusin-Blind Copperstone Oh, Heidi. Bis ich wieder raus noch zum Schließen gehen. Wenn ich fertig bin, merke ich es mir dann. Was dann? Wie das mit den Ecken ist zum Schließen. Also das muss das. Ach so. Aber das dauert ja nur. Wie gesagt, wenn ich fertig bin, weiß ich es. Na ja, dann. Das da, das da, das da. Dann, 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 dann. So. 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 Und wie ich das mache, wie gesagt, lässt es euch auch machen. Ich will eine Sekunde lang drücken. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich sollte mich glücklich sein. Ich bin ein bisschen glücklich. 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 Tschau. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich.